Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Returns. Ja, ich habe eine Failaufnahme gemacht und dieses Level durchgespielt, aber ein Puzzleteil nicht gefunden. Ja, was soll das Puzzleteil sein? Ich war verdatzt. Aber man muss, bevor man runterhupft, das tun. Einmal war drin hier ein Bonusraum, den ich eigentlich ja jetzt nicht machen wollte, aber jetzt, wenn wir schon mal drin sind, können wir es versuchen. Ich habe ja das Puzzleteil schon. Das ist ja das Ding. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es war nicht so geplant, aber immerhin schaffen wir dann heute vielleicht den Boss, weil ich werde ganz sicher nicht alle Puzzleteile noch mal sammeln. So lebensmüde bin ich nicht. So. Gut. Aber immerhin etwas. Ich drehe noch durch. Das war also, das war schon ein anspruchsvolleres Level. Aber eigentlich auch schön. Anspruchsvoll, aber schön. Ähm. Gut. Dann haben wir hier wieder die ganzen Flädenmäuse. Es tut mir echt leid, dass das hier in die Hose gegangen ist, das Thema ist, da ich nicht unbedingt schneiden möchte, ja unbedingt ein Programm für installiert habe und ich am Ende tatsächlich nicht auf Pause gemacht habe, als ich dann wegen eines Puzzleteils das am Anfang mit meiner Freundin kommuniziert habe. War es ein bisschen doof. Das muss jetzt nicht unbedingt mit Rennen sein, weil, sorry. Ich mache dieses Level einfach durch. So, dass man es irgendwie schafft und ich weiß, ich muss hier eigentlich drunter, aber das habe ich bis heute nicht gelernt. Das ist Reflex. So, hier gehen wir drunter und da gehen wir jetzt drüber und hier drunter. Uah. Das ist schon eine ganz Ordnung. Wir müssen jetzt ja nur noch durch, weil das war vorhin einfach echt teilweise hart wegen dem Puzzleteil, die man hier so sieht. Und den. Ach ja, das habe ich jetzt gleich gekriegt. Vorhin habe ich zehn Versuche gebraucht, wenn es reicht. So. Und vor allem, weil ich ja immer überall alles gesammelt habe, habe ich gemeint, na, da könnt ihr mal Puzzleteil rausspringen. Also, echt. Da habe ich mir die größte Mühe gegeben, die ich ihm geben konnte und habe nichts für bekommen, nichts für meinen Fleiß. Ich habe ja immerhin das allererste Puzzleteil trotzdem vergessen. Da muss da eins sein. Ich war mir klar, da war aber auch dieses Thema Minendings. Nein. Also, zur Minencart oben ganz rechts oben etwas erhöht. Bloß da kam man nicht drauf. Ich noch zumindest nicht unter Titikum. Und drum, naja. Ja, jetzt werde ich mal ganz kurz, weil... Au. Deswegen. Ja. Ja. Das war vorhin eine echt grausliche Stille. Ja. Ja. Ich habe es doch geschnallt. Ich habe es vorhin doch geschnallt. Boah. Wir kommen durch. Wir kommen durch. Nein. Du sollst das nicht tun. Du sollst das nicht tun. Nein, 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 nein. Nein. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Oder doch? Und jetzt kommt er zu seiner Ultim. Und wir müssen auch gar nichts mehr tun. Außer... Juhu. Hat auch immer wieder geklappt. Cool. Schön. Ja, nee, Mann. So, komm. Fortfahren. Haben wir geschafft. Gut. Ich hoffe, der Boss geht jetzt nicht zu schnell. Ja. Tut mir leid, Leute. Spielen. Der Boss. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst. So richtig Angst. Ah, jetzt erstmal wieder eine schöne Zwischensequenz. Weil ich weiß nicht nur was es war. Also mein Safe State. Ich kann auch gerne mit mehreren Safe States arbeiten diesmal. Weil ich weiß nicht, weil ich Versaive State war. Aha. Das Spiel auf sich selbst habe ich gerade noch so richtig betrachtet. Vor allem das Ding kann ich überhaupt nicht spielen. wenn man es genau nimmt. Oh Gott, da war was. Oh Gott, da war was. Oh Gott. Okay. Sehr verehrt, Herr Pilzenz. Bitte nicht bewegen. Euer Ernst? Okay. Das wird hart. Oh. Das war nicht gut. Und ganz im Ernst, irgendwie möchte ich das Ganze möglichst schadenfrei machen. Weil so hart dem auszuweichen ist es ja jetzt noch nicht. Und vielleicht schaffe ich es später wirklich nicht. Und wenn ich dann kein Diddy mehr habe, ich muss ehrlich sagen, wäre mir nicht lieb. Ich möchte es. Ach ja, warte mal. Ah ne, wir müssen springen. Gott sei Dank haben sie das verbessert mit der Wiederverbindung, wenn man Safe State Slate den Dolphin, weil das war schon krass. Was? Was? Ja, natürlich. Auf freier Fahrt. Wow. Wow. Ist das doch so euer Ernst? Macht das Spaß? Was? Okay. Macht wohl Spaß. Da war ein Herz. Wer? Nein. Da muss ich ja noch aufpassen, welcher der Bombe. Okay. Ja, das kriegen wir auch ohnehin. Oh, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ja, okay. Kriegen wir ihn, kriegen wir ihn. Nein, kriegen wir ihn nicht hin. Wir müssen in der Luft bleiben. Wir müssen in der Luft bleiben. Okay. 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 Jetzt geht es, glaube ich, auf Richtung wieder zu. Ja. Komm. Leicht ist das nicht. Okay. Und das, glaube ich, hätte ich nicht gut machen können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch... Nein. Nein. So machen wir... So wollen wir das nicht... Nein. So haben wir nicht gewettet. So haben wir nicht gewettet, meiner lieben Leute. Ich meine, gut. Das kriegen wir hin. Ähm. Ich glaube, das schaffe ich dann eh nie. Herz, Herz. Cool. Und ich sehe schon... Was? Au. Ich wollte noch aufs Richtige drauf. Hab noch gedacht. Okay, gut. Pass auf. Ach, ich bin eh auf dem Richtigen. Ich bin eh gespannt. Okay. Schon mal nicht gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Gott sei Dank haben wir einen ganzen Part für das Ding. Und wir haben Titi. Okay. Machbar. Kriegen wir hin. Ich weiß, es ist ein grosses quindi. zuzugucken, aber das kriegen wir hin. Oh, knappe Geschichten. Das brauchen wir eh nicht. Okay, jetzt geht's los. Nein, wir wollen den sehr verehrten Herr, die die behalten. Ich muss trotzdem mal ganz... Au, ne? Okay, ja, die letzte. Jetzt wird's spannend, weil wir sind jetzt wirklich... Was? Hä? Au. Und ein Herz? Wie freundlich von denen? Äh, nicht zu freundlich. Weiß nicht, ob er jetzt wirklich da hinten spawnt oder ob das halt einfach... Weiß. Doink. Ah, okay. Ja, das war natürlich mal wieder ganz zufälligerweise ganz knapp. Ah ja, der wird da. Und haut drauf. Oder auch nicht. Ja, haut das selber drauf. Hab gedacht, ich darf jetzt auch draufhauen. Oh, Treffer eins. Was? Naja, egal. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Tun so, als wäre es nie passiert. Okay. Sehr verehrte Damen und Herren. Heute... Haben die Weltvieh abgeschlossen. Und da kommt's ja raus, die Lok. Ey. Okay. Ja, es ist ein K-Level übrig. Aber ich sag mal. Wir, ne, Leute. Wir beenden jetzt und hier den Part. Ey, zwar wieder etwas kürzer, aber dafür... Ja, mit zwei haben wir ein ganzes Level durch. Ich mein, das hab ich vorher schon durch. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, es war dann wenigstens ganz oben hell. Vielen Dank fürs Anschauen. Lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.